guten morgen meine lieben und herzlich willkommen hier bei freyas orage und wegweiser ich hoffe es geht euch gut ich hoffe ihr habt gut geschlafen und ihr hattet ein wunderwundervolles wochenende bei den sonnigen sommertemperaturen also das war ja schon richtig hitzig muss ich sagen was da war aber ich hoffe ihr habt euch auch ein bisschen abgekühlt vielleicht habt ihr auch eis gegessen ich habe gestern orangeneis selber gemacht und samstag waren wir ja am wasser gewesen aber gestern habe ich mir gesagt okay komm ein bisschen ruhe brauche ich mal in der woche und genau da ist ja auch immer mein freier tag ansonsten arbeite ich ja in der woche von 9 bis 20 uhr auch mit kartenlegungen und alles also wer das noch mal wissen möchte ob ich private legung gebe ja die gebe ich wenn du daran interessiert bist melde dich gern bei mir und genau und da wollte ich jetzt mal sagen schau mal heute mal die tages energie rein hier von den 12 6 die komplette woche soll ja einfach positiv werden ich meine wir haben jetzt hier den turm dabei aber ich lasse mich gleich mal rein fühlen um was es hier auch gehen könnte gehen ja meine lieben ich bedanke mich erst mal für eure like zu eure lieben kommentare und einen neuen abonnenten die begrüße ich hier ganz ganz herzlich auf meinem kanal und ich würde sagen es geht jetzt los also was kommt heute am zwölften sechsten auf uns zu erst mal geht es ums selbstwertgefühl ich verfüge über seelen gaben die mir und anderen zugutekommen ja vielleicht entdeckst du heute an diesem tag dass du einige gaben oder fähigkeiten in dir hast wo man sagen kann ja damit kann ich anderen menschen helfen damit kann ich andere menschen unterstützen und vielleicht kommst du aber auch an diesem tag heute mal so richtig in dein selbstwertgefühl und da haben wir hier gleich noch nebenan das ist übrigens die lektion in deiner seele die schuldzuweisung ich übernehme die verantwortung für mein eigenes wohlergehen und wenn man diese beiden karten jetzt zusammen nehmen dann könnte man im großen und ganzen sagen du kommst heute an diesem tag in dein selbstwertgefühl ohne hier anderen die schuld zuzuweisen weil du jetzt erkannt hast dass du hier die verantwortung über dich selbst übernehmen kannst und ja dass du nicht die verantwortung an andere abgibst über dich vielleicht auch zu bestimmen dass du jetzt endlich mal kapiert hast okay ja ich bin für mein eigenes wohlergehen ich bin für mein eigenes leben verantwortlich dass es mir überhaupt gut geht und das könntest du heute an diesem tag erkennen dann geht es mit dem schamanischen traumorakel um die fest um das festgelage entscheidungen und deren konsequenzen ja und es geht da sowieso die ganze woche nur um entscheidungen und das passt auch jetzt ganz gut und super dazu weil mit dem festgelage triffst du vielleicht klare entscheidungen auch für deine zukunft weil wir sehen ja hier das sieht aus wie so eine wahrheitskugel wahrsagerkugel und hier ist auch der bärkristall das steht für ja das steht für klarheit und die biene haben auch mit ihr dabei und die biene das ist ja eine biene kommt ja selten allein eine biene ist ja eher ja ist ja eher ihren bienenstamm also wenn die ist ja immer mit mehreren unterwegs und darum geht es vielleicht auch heute nicht dass du hier wirklich heute die klaren entscheidungen mit dem schwert der wird einiges sehr klar und du triffst entscheidungen hier für dich selbst und wenn dann halt konsequenzen rauskommen dann stehst du dafür auch ein dann sagst du okay dann ist das halt so na sehr sehr schön so dann haben wir hier das rad des schicksals übrigens sind das neue karten das ist hier die will oft die jährt harone sehr sehr schöne bilder also spricht mich wirklich super an und da geht es um das rad und das rad des schicksals dreht sich ja hier weiter man sieht ja hier den sommer nee den frühling sieht man hier wo alles zu blühen beginnt man sieht hier den sommer wo die sonnenblumen sind man sieht den herbst wo die blätter dann wieder fallen und den winter wo alles eingefriert und das rad das dreht sich jetzt hier ganz einfach weiter das ist das rad des schicksals hier wird gerade entschieden an diesem heutigen tag eine veränderung vielleicht geht es auch von dem frühling in den sommer ist er jetzt sowieso na und dann oder von dann von dem sommer in den herbst rein das also nach der jahreszeit sind wir ja jetzt im sommer dann haben wir hier den eremiten hier ist eine veränderung vielleicht ziehst du dich erst mal ein bisschen zurück wir haben hier die fünf der schwerter vielleicht hat man irgendeinen vielleicht hat man irgendeinen kampf ausgetragen oder trägt den noch aus und im endeffekt sind hier die zwei der keltchen es geht vielleicht hast du mit irgendeinem menschen hier etwas gehabt irgendeinen kampf und ihr habt dann halt eure schwerter niedergelegt habe gesagt kommt es hat hier echt keinen sinn ihr reicht euch hier wieder gegenseitig die keltche blüht wieder alles hier ist eine starke anziehungskraft ich glaube das sind die linien die hier mit dabei sind ja hier kommt alles wieder in die harmonie rein und was haben wir hier die prinzessin der münzen na also man sieht hier ja du du hast hier schon was angehäuft ne vielleicht hast du hier schon etwas mit dieser person angesammelt angesäht ne hast das auch zum wachsen gebracht hast das auch schon geerntet und hier war vielleicht auch eine lange zeit so eine kühle stimmung gewesen bei euch na und jetzt mit dem gericht wird halt hier entschieden und wir haben wieder die entscheidungen du entscheidest dich hier zehn der stäbe ja sind das jetzt belastungen wenn es jetzt eine belastende situation ist entscheidest du dich jetzt mit der zehn der stäbe bedeutet ja immer dass hier dass man viel zu tragen hat dass das stress ist und mit dem vier der schwerte geht es vielleicht auch jetzt darum lasse ich das ganze sein oder nicht ne und vielleicht hat die person sich aber auch betrogen das kann natürlich auch sein für den ein oder anderen weil ich jetzt hier ein paar gesehen habe und du guckst dazu ja ja also wir haben heute sehr viel starbenergie wir haben hier die neun der Stäbe die vier 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 der Stäbe ne ne das das Ass der Stäbe ne haben wir ja auch noch mit dabei also ja also die Karten die sprechen ja wirklich krass also wenn man die sich mal richtig anguckt guck mal hier haben wir die neun der Stäbe ne die zehn der Stäbe sagt ja eigentlich aus man hat schwere Lasten zu tragen ne vielleicht hat man hier einen Plan vielleicht arbeitet man hier an etwas mit den neun der Stäben ne das könnte heute natürlich sein dann haben wir hier die vier der Kelche ne man denkt hier viel drüber nach ist vielleicht auch in so einer unzufriedenen Stimmung vielleicht wartet man aber auch bis bis hier irgend so ein Unwetter wieder weg geht ne vielleicht hat sie bei euch geregnet und also ne Regen symbolisch gemeint ne dass es hier nicht so toll war und die vier der Stäbe bei den vier der Stäben sieht man ja auch ne man ja man macht das soll das ganze auch ein bisschen spielerisch vielleicht auch sehen ne dass man hier das ganze wieder in der mehr mehr in der Leichtigkeit macht ganz einfach dass man fröhlich zueinander ist und hier sind noch die zwei der Stäbe vielleicht hat tut man hier gemeinsam etwas auch Pflanzen ne also irgendwie das Bild spricht gerade so dass man hier eine Arbeit dass man hier was gemeinsam macht ne vielleicht auch gemeinsam an einer Sache mit arbeitet ne damit da draus auch eine wunderschöne Pflanze werden kann ja und das Ast der Stäbe zeigt natürlich auch hier diese Chance ne dass das hier das kann umgesetzt werden ne all das was man vielleicht hier schon in einer Verbindung oder direkt in dieser Situation schon angepflanzt hat da da können Chancen draus entstehen ja Chancen guck mal das sieht mir aus wie so ein Fest irgendwie aber auch wie so ein Maibaum ne so ein schöner geschmückter Maibaum das so eine Aufstellung es wird was Schönes draus werden eine schöne Aufstellung es wird was umgesetzt ne ja also das ist heute so die Situation da habe ich ja das lange gequatscht bei dem Tarot aber die Bilder die sprechen hier so so krass zu mir sorry Leute ich wisse schon gar nicht mehr was ich hier gequatscht habe aber egal ja mit dem Lennema geht es hier darum dass hier vielleicht eine Einladung oder irgendwas stattfinden soll man guckt sich hier noch etwas an ne man möchte hier mehr Klarheit in einer Situation erstmal haben vielleicht auch eine Wunscherfüllung hier sind Entscheidungen ne hier hier ist wahrscheinlich noch ein Geheimnis in der Liebe wo man nicht so richtig durchblicken kann und es geht darum hier wieder eine Lösung zu finden für neues Wachstum ne dass hier was neu gemacht wird und ich sehe ja an diesem heutigen Tag kann es hier noch um Enttäuschungen gehen ne vielleicht ist man hier enttäuscht man man befindet sich gerade so in einem Nebelwald man weiß nicht so richtig hm ist da jetzt Schluss ne wird sich hier auch etwas vielleicht auch radikal verändern ne was schicksalhaft auch verändern kommen wir ja auch rein ähm oder vielleicht ist hier aber auch jemand im Rückzug und kommt nicht so richtig raus ne es geht hier um eine Begegnung man begegnet hier den Gefühlen ne man weiß hier noch richtig ähm wird dies denn wenn dieses Treffen stattfinden oder nicht ne weil hier der Turm der sagt ja auch immer Trennung Isolation ne man möchte sich vielleicht auch begegnen und ähm ähm hier sind ja auch noch Gefühle mit im Spiel ne ja wir fragen jetzt aber gleich nochmal rein ich lege das jetzt nochmal auf das berufliche um also wir können sehen hier im beruflichen tut man auf jeden Fall sehr hart an etwas arbeiten sehe ich hier ne man ist noch unzufrieden ähm man hat zwar hier schon ein paar Kälte gefüllt aber es man ist noch unzufrieden ne man überlegt vielleicht auch das Ganze ein bisschen leichter zu machen vielleicht nimmt man sich auch von jemand Hilfe mit dazu damit hier eine Chance umgesetzt werden kann und im beruflichen können wir da heute auch noch sehen ähm vielleicht wartet vielleicht erhofft man sich hier noch ein Treffen mit jemandem eine Einladung von jemandem wo vielleicht auch hier was äh entschieden wird ne vielleicht ob man noch was Neues hier lernt ne ob man hier eine Herzenssache vielleicht nochmal neu lernt und ähm hier sind halt ist halt noch das Labyrinth man weiß vielleicht noch nicht so richtig wohin das geht aber man möchte das Neue und man findet eine Lösung dafür zur Zeit ist es noch enttäuschend weil vielleicht auch von dieser Behörde oder von der Arbeit hier nicht groß was kommt und man hofft natürlich auch hier auf eine Begegnung damit vielleicht auch ja damit sich die Finanzen vielleicht auch hier verbessern können ne das kann natürlich auch sein und jetzt fragen wir hier mal drauf ähm nochmal mit den Toren ja also entweder hat man hier noch Zweifel dass etwas kommt oder es geht hier um eine Klärung noch ne von der Behörde oder ähm ne vielleicht muss ist aber auch hier ein Gegenüber was hier im Rückzug noch was klären muss oder vielleicht war hier auch Streit gewesen deshalb hat man sich vielleicht auch noch zurückgezogen gell und jetzt fragen wir mal wo wird denn das nun hinführen am Ende ne wo wird es denn hinführen also wir haben ja also es führt erstmal noch dahin dass auf jeden Fall hier noch eine Unruhe mit herrschen wird ne also das Ganze ist hier unruhig noch aber das braucht man nur jetzt auch nicht mehr also hier fressen die Mäuse noch ne aber die Mäuse die essen auch an dieser Unruhe ach guckt mal und das ist hier auf Schicksalsrad gerade gefallen ne die Sonne ja es kommen schicksalhafte positive Veränderungen hier rein ne also ähm wenn wir jetzt hier nach den Karten gehen können wir hier um großen und ganzen Sachen hier ist eine Situation da wartest du vielleicht noch auf etwas vielleicht hast du Zweifel oder musst noch etwas klären entweder geht es hier um Gefühle um die Begegnung ne weil man hier vielleicht auch Gefühle für jemand hat oder auch um die Finanzen und ähm großen und ganzen können wir sagen das bist du ja ob jetzt Mann oder Frau ist egal bei in der nächsten Zeit wird das hier noch ein bisschen unruhig sein ne weil du bist schon sehr nervös und unruhig aber die Mäuse fressen hier an dieser Unruhe schon dran rum ne und dadurch kann das hier alles wieder klarer werden und ähm ja die Sonne wird es scheinen also hier kommt auf jeden Fall ein Erfolg rein ne also egal auf was du hier heute schaust jetzt muss ich mal gucken ne da kommt ein Erfolg rein gell du schaust hier auf die Vögel die werden aber weggefressen ne also die Maus fängt sozusagen die Vögel und frisst die weg damit das hier nicht mehr so unruhig äh ist und ähm dann kommt hier der Erfolg ja das ist doch mal eine schöne Energie ne und die Harmonie am unteren Kartendeck hier ne die Harmonie also wenn du dich gefragt hast was da kommt ähm hier kann eine Einladung kommen von einem Sehmpartner oder einer Person oder auch von einem Chef ne oder von einer Behörde kann natürlich auch sein und jetzt haben wir nochmal die Chakra Karten von Walter Lübeck und da gucke ich mal was möchte sich denn heute hier für ein Chakra überhaupt zeigen was möchte sich denn hier zeigen heute oh und nicht so viele ne komm ich werde eins rausziehen weil das sprengt sonst wieder das Video also also das ist das Nebenschakra Ying das alte Wissen der weißen Frauen erwacht in mir also in dir ne und das lass kannst du jetzt mal auf dich wirken lassen diese Farbe es ist nicht schwarz aber das ist eher so ein dunkles Grau ne das Nebenschakra Ying das Nebenschakra Ying Ying ist ja glaube ich ähm die weibliche Energie und Yang ist ja glaube ich die männliche Energie also es ist die ähm emotionale Energie die in dir erwacht ne es ist die emotionale Energie die in der weißen Frau erwacht also das alte Wissen wird heute in dir erwachen wow sehr sehr schön ne so meine Lieben da würde ich sagen die Runen ne und dann ähm machen wir hier einen Cut ne okay also haben wir immer denn das und meine Runen fehlen noch und da schauen wir jetzt mal was für eine Energie oben drüber steht ne also welche Runen begleiten uns heute an diesem wundervollen tollen Montag Montag ist schon Dach denk dran ne oh das ist hier die ähm ich glaube die Manas war das genau das ist die Manas und die Manas steht dafür da dass man hier in die Handlung kommen soll komm ins Handlungsbewusstsein äh nehm deine inneren Strukturen da war wir sehen auch hier zweimal die Wunio die für die Freude für das Glück und für die Hoffnung stehen also hier kann es heute gerade in einer Sehenspartnerschaft in einer Partnerschaft Verbindung ne kann hier ähm eine Handlung mit reinkommen ne und ähm das Ganze ist vom Glück auch begleitet also sehr sehr schöne Energie die zweite Rune die uns heute begleitet das ist die Fehu und die Fehu steht für das Vieh für das Feuer für den Besitz ne und ähm das ist auch meine Rune die Rune der Freya ne die Rune der Fruchtbarkeit auch mit und ähm ja auf jeden Fall kann hier heute etwas ähm nochmal umgesetzt werden also erstmal in die Handlung gebracht werden hier kommt auf jeden Fall schönes Feuer mit rein in diese ganze Sache und die dritte Rune die uns heute begleiten wird das ist die Berkana und die Berkana die sagt huch jetzt wäre sie mir schon fast noch ins Feuer gefallen ne 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 die lassen wir mal schön hier ne die Berkana das ist die Bürge und äh die Rune der Frauen und die sagt das ist fruchtbar ne man sieht ja hier auch naja man kann ja wenn man das jetzt so sieht sind das zwei Berge oder auch zwei Brüste ich will es jetzt nicht so sehr sagen ne aber ne und da ja wenn jetzt ein Kind zum Beispiel gesäugt wird ne da kommt ja auch was fruchtbares man wird ja genährt ne also diese Situation kann man sagen wird genährt ne ja mein Lieben also im Großen und Ganzen können wir heute hier noch mit den Runen sagen ähm hier kommt auf jeden Fall heute eine Handlung rein ne ähm ähm da kann es schon mal ganz schön brennen weil das tut hier innere Strukturen freisetzen ne ne also hier ist viel Feuer mit dabei und das Ganze wird fruchtbar gemacht das heißt man kann sich auch davon nähren ne ne von dieser Situation ja und das ist heute die Energie die uns heute erwartet und da muss ich ehrlich sagen das ist eine richtig super Energie weil ich empfinde die als positive Energie wir haben ja mit dem Pendel und mit den Tänzer hier schon gesehen ähm dass das dass die ganze Woche uns eine sehr sehr positive Energie begleiten wird ne und deswegen werde ich jetzt hier heute mal nicht das Pendel einsetzen aber ich wünsche euch natürlich hier einen ganz ganz wundervollen Montag ich gebe euch später noch eure Lieblingsbotschaft rein nehm ich die Botschaft und die Nachricht von eurem Herzensmenschen und wir sehen uns später Ciao Ciao